Startfrei nun für das vierte Rennen. Die Rennleitung hat soeben den Start freigegeben. Startwagen hat sich in Bewegung gesetzt. Es geht hin zu 1640 Meter Startmarke. Noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Vor dem Start ist Mr. Goldfinger eingesprungen. Ums Kommando bemüht sich sogleich Publicity, zieht hier mächtig in Front. Vor Kiwis Forstheim und Shitan, dahinter Diana Ass, gefolgt von Jasper Moe und weit zurück Mr. Goldfinger. Das Feld ist auch weit auseinandergezogen nach Absolvierung des ersten Bogens. Publicity führt mit etwas mehr als zwei Längen vor Kiwis Forstheim, dann Shitan, Diana Ass und dem außen aufrückenden Jasper Moe. So geht es vor den Tribünen zur Sache. Publicity in Front vor Kiwis Forstheim, Jasper Moe, der bereits dritter ist, dahinter Shitan und Diana Ass. So geht es bereits in den Stallbogen hinein, unter der Führung von Publicity. Publicity, Kiwis Forstheim und Jasper Moe vor Shitan und Diana Ass. Nur mehr diese fünf im Rennen ausgangs des Ebrechstorfer Stallbogens. Publicity wieder jetzt mit größerem Vorteil von zwei bis drei Längen auf Kiwis Forstheim sowie Jasper Moe, Shitan und Diana Ass. Aber die führende Publicity reagiert plötzlich mit einem Fehler. Auch Kiwis Forstheim ist angesprungen. Somit liegt Jasper Moe plötzlich alleine und auch mit vielen Längen in Front. Jasper Moe vor Shitan und dahinter liegt weit zurück Diana Ass mit Kiwis Forstheim. Aber ausgangs des Schlussbogens führt Jasper Moe mit Mario Zanderigo, nur mehr verfolgt von Shitan. Jasper Moe, Shitan, Kiwis Forstheim an dritter Position. Der führende Jasper Moe wird aber noch zum Kampf gestellt von Shitan. Jasper Moe innen außen, Shitan, Jasper Moe kommt nach Hause vor Shitan und Kiwis Forstheim. Jasper Moe, Shitan, Jasper Moe.